Michael Ostrowski, Schauspieler, Regisseur und jetzt auch Romanautor. Heute ganz persönlich. Ein Mann in Silber heute am Ö3-Frühstückstisch. Michael Ostrowski ist heute mit silberner Jacke gekommen. Ja, Silber und Gold, die Adventszeit. Und du hast gesagt, du gehst lieber ins Hotel. Obwohl, ich war ja eigentlich schon in deiner Wohnung, bin ich heute draufgekommen. Wo war ich da? Du warst schon auf der Welt, auch wenn es schon lange her ist. Und zwar, du wohnst in der Wohnung, die Falco bewohnt hat. Und zu seinen Lebzeiten durfte ich da ein paar Mal mit ihm sitzen, übers Leben reden, seine Kunstsammlung ansehen. Hermann Nietzschbilder hat er gehabt. Ja, genau. Die sind leider nicht mehr da. Du hast gesagt, dass du, nachdem du eingezogen bist oder zu deiner Freundin Hilde Dalik gezogen bist, habt ihr erkannt oder erfahren, dass das Falkos Wohnung war? Ja, das war ein Zufall. Also eine Mietwohnung, die war irgendwie günstig. Und die Hilde hat die damals einfach gemietet. Ich wohne ja eigentlich in Graz. Also mein Hauptwohnsitz ist in Graz. Und das war dann halt so eine Wohnung. Und irgendwann hat sich erfahren, dass da mal der Falco gewohnt hat und danach seine Mutter. Also viele Jahre. Und ich finde die Wohnung irgendwie sehr inspirierend. Und du erzähl mir, wie war das? Was hast du in Falko gefragt? Er hat sehr viel über Erfolg gesprochen, was das für ihn bedeutet. Und es war immer so dieses Schwanken zwischen, ich bin jetzt der coole Falco und manchmal ein ganz tiefgründiger und auch fast trauriger Mensch, der so gezweifelt hat oder das wirklich kann und mit den Frauen kein Glück. Ja, ich finde ihn sehr inspirierend in all der Vielschichtigkeit. Und das ist auch das Spannende, was man bei Falco immer mitnehmen kann, dass er nicht nur eins war. Und dass er wahrscheinlich sehr stark auch unter dieser Zweiteilung, die er sich selber gegeben hat, seiner Persönlichkeit auch gelitten hat, dass du das irgendwann auch nicht mehr genau weißt. Bist du der Hansi Hölzl? Bist du der Falco? Und ich finde ihn einen super Freigeist. Er kann vieles lernen. Jetzt mal nicht nur musikalisch und textlich, was er gemacht hat, sondern auch, dass er sich was getraut hat und dass er immer wieder angeeckt ist. Es fällt in der heutigen Zeit, es ist scheinbar alles möglich, aber in Wahrheit haben alle Angst. Ja, nein, darfst du das nicht und besser nicht und so weiter. Ja, du hast schon gesagt, das ist einfach was, was man von ihm lernen kann. Ein bisschen mehr Wagemut. Zurück zur Wohnung. Also du hast ja gesagt, du hast sogar noch von Falcos Mutter ein Büchlein gefunden oder Notizen gefunden dort. Das Telefonbuch, wo sie selber die Nummern aufgeschrieben hat mit der Hand. Ja, das ist schon irgendwie auch sehr rührend gewesen. Und ich habe ein bisschen was kapiert über ihn, weil in so einem begehbaren Schrank gibt es ein lebensgroßes Foto von David Bowie. Also so ein Plakat, das hängt noch immer dort. Das hat er aufgehängt und ich habe erst kapiert, dass David Bowie halt natürlich auch ein großes Vorbild war für ihn. Und dadurch habe ich mich natürlich auch viel mit dem Falco wieder beschäftigt. Ich hatte ja dieses berührende Erlebnis mit seiner Mutter, die mich nach seinem Unfall gebeten hat, das Interview, das ich mit ihm gemacht habe, zur Gänze bekommen zu können. Und das habe ich ihr natürlich geschickt. Ein paar Wochen später habe ich sie gefragt, ob sie schon angehört hat. Und sie hat gesagt, sie werden es mir nicht glauben, aber ich spiele es den ganzen Tag in voller Länge. Ich kann schon mitreden, aber ich möchte einfach nur seine Stimme hören. Ja, Wahnsinn. Also ich würde es auch gerne hören übrigens. Ich weiß nicht, den ganzen Tag hören, aber einmal würde ich es wirklich gerne hören. Ja, also du hast gesagt, auf deiner Playlist für Frühstück bei mir gibt es auch einen Falco-Song. Ja. Welchen hast du dir ausgesucht? Auf der Flucht. Warum den? Weil er mir taugt. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist.